Lektion 1. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen, Anna. Hast du gut geschlafen? Ja, ich hatte einen erholsamen Schlaf. Wie steht's mit dir? Ich habe geschlafen wie ein Baby. Was ist der Plan für heute? Lass uns zuerst spazieren gehen. Sollen wir danach zusammen frühstücken? Klingt perfekt. Was würdest du gerne essen? Wie wäre es mit etwas Müsli und Obst? Das klingt gesund. Ich mache auch etwas Tee. Großartig! Ich decke den Tisch, während du das Frühstück zubereitest. Danke, Anna. Wir sind ein großartiges Team, nicht wahr? Ja, das tun wir. Lassen Sie uns unser Essen genießen und einen wunderbaren Tag vor uns haben. Lektion 2. Unser Gepäckgewicht Hallo, Anna. Ich habe gerade eine E-Mail von der Fluggesellschaft erhalten. Sie fragen nach unserem Gepäckgewicht. Liegt es innerhalb der Grenzen? Hallo, John. Lass mich nachschauen. Ich wiege unser Gepäck und schaue, ob wir die erlaubten Grenzwerte einhalten. Das wäre großartig. Es ist wichtig sicherzustellen, dass wir die Anforderungen der Fluggesellschaft erfüllen. Unsere Taschen liegen innerhalb der Gewichtsgrenzen, John. Wir sind startklar. Das ist eine Erleichterung. Wir wollen keine Überraschungen oder zusätzliche Gebühren am Flughafen. Absolut. Es ist immer am besten, dies noch einmal zu überprüfen und Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast, Anna. Ihre Liebe zum Detail wird sehr geschätzt. Kein Problem, John. Ich möchte sicher gehen, dass unsere Reisevorbereitungen reibungslos verlaufen. Es ist eine Teamleistung und ich freue mich, dass wir den Überblick behalten. Wir werden eine stressfreie Reise haben. Definitiv, John. Lassen Sie uns unsere Reise genießen, ohne uns Sorgen um das Gepäck machen zu müssen. Einverstanden, Anna. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich darum gekümmert haben. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Lass uns eine fantastische Reise haben. Absolut, Anna. Ich freue mich darauf. Lektion 3. Ich habe über unsere Reise nach Italien nachgedacht. Hallo, Anna. Ich habe über unsere Reise nach Italien nachgedacht. Wir müssen eine komfortable und günstig gelegene Unterkunft finden. Das ist eine großartige Idee, John. Die Lage ist wichtig für den einfachen Zugang zu Attraktionen. Definitiv. Suchen wir nach Unterkünften in der Nähe des Stadtzentrums. Guter Plan. Wir sollten auch die Ausstattung und die Preisspanner berücksichtigen. Einverstanden. Wir wollen, dass es bequem ist, ohne das Budget zu sprengen. Es wäre schön, auch einige lokale Empfehlungen zu haben. Absolut. Wir können Freunde fragen oder Online-Bewertungen überprüfen. Lassen Sie uns mit der Suche beginnen und die Optionen vergleichen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich freue mich auf unsere Reise nach Italien. Ich auch, John. Es wird ein unvergessliches Erlebnis werden. Ich freue mich, dass wir zusammen planen. Lass uns die perfekte Unterkunft finden. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine tolle Unterkunft finden werden. Lass uns anfangen. Lektion 4. Ich habe eine neue Produktivitätstechnik verwendet. Hallo, Anna. Ich habe eine neue Produktivitätstechnik verwendet und sie ist wirklich effektiv. Das ist interessant, John. Welche Technik ist das? Es heißt Pomodoro-Technik. Sie arbeiten 25 Minuten und machen dann eine Pause von 5 Minuten. Klingt nach einer guten Möglichkeit, konzentriert zu bleiben. Ich werde es versuchen. Großartig! Es hilft beim Zeitmanagement und beugt Burnout vor. Das könnte ich gebrauchen. Danke für das Teilen der Technik, John. Du bist willkommen, Anna. Lass mich wissen, wie es für dich funktioniert. Das werde ich. Es ist einen Versuch wert, die Produktivität zu steigern. Absolut. Viel Glück, Anna. Ich denke, du wirst es hilfreich finden. Danke, John. Danke für deine Ermutigung. Kein Problem, Anna. Unterstützen wir uns gegenseitig bei unseren Zielen. Einverstanden. Wir sind ein großartiges Team. Nochmals vielen Dank, John. Jederzeit, Anna. Hab einen produktiven Tag. Du auch, John. Machen wir das Beste aus unserer Zeit. Lektion 5. Wie pendelst du normalerweise? Hallo, Anna. Wie pendelst du normalerweise? Ich nehme den Bus oder das Fahrrad. Es ist praktisch und umweltfreundlich. Das ist großartig. Ich habe darüber nachgedacht, meine Pendelmethode zu ändern. Du solltest es versuchen. Es ist wirklich effektiv. Das glaube ich auch. Ich fahre ab morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist großartig, John. Das ist eine gesunde und kostengünstige Wahl. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Danke für den Vorschlag, Anna. Du bist willkommen, John. Lass mich wissen, wie es läuft. Das werde ich tun, Anna. Ich schätze deinen Rat. Kein Problem, John. Genieß deine Radtour. Danke, Anna. Dann sehen wir uns später. Lektion 6. Ich wollte darüber sprechen, anderen zu helfen. Hallo, Anna. Ich wollte darüber sprechen, anderen zu helfen. Hallo, John. Ja, es ist unglaublich wichtig, den Bedürftigen eine helfende Hand zu reichen. Ich stimme voll und ganz zu. Andere zu unterstützen kann einen erheblichen Unterschied in ihrem Leben bewirken. Es geht nicht nur um den Einfluss, den wir auf sie haben, sondern auch darum, wie wir uns dadurch fühlen. Genau. Anderen zu helfen fühlt sich gut an und gibt uns ein Gefühl von Sinn und Erfüllung. Es ist eine Win-Win-Situation, sowohl für die Person, die Hilfe erhält, als auch für die Person, die sie bereitstellt. Absolut. Es ist erstaunlich, wie kleine freundliche Handlungen einen positiven Welleneffekt haben können. Ob es darum geht, ehrenamtlich zu arbeiten, zu spenden oder einfach für jemanden da zu sein. Jede Anstrengung zählt. Und es müssen keine großen Gästen sein. Selbst kleine freundliche Handlungen können große Auswirkungen haben. Das ist wahr. Manchmal können ein offenes Ohr oder ein freundliches Wort den Unterschied ausmachen. Lassen Sie uns weiterhin nach Möglichkeiten suchen, anderen zu helfen und positive Auswirkungen zu erzielen. Einverstanden, John. Gemeinsam können wir eine mitfühlendere und unterstützendere Welt schaffen. Das ist das Ziel, Anna. Lass uns einen Unterschied machen, ein Akt der Güte nach dem anderen. Ich stimme dir zu, John. Es ist eine unglaubliche Reise, etwas zu bewirken und Positivität zu verbreiten. Danke, dass du diesen Wert teilst, Anna. Lass uns weiterhin helfen und etwas zurückgeben. Du bist willkommen, John. Es ist mir eine Freude, dieses Gespräch mit Ihnen zu führen. Hallo, Anna. Ich mache mir Sorgen, dass ich in Zukunft nicht genug Geld haben werde. Oh, ich verstehe, John. Es ist wichtig, vorausschauend zu planen. Genau. Wie verwalten Sie normalerweise Ihre Finanzen? Ich versuche, Geld zu sparen und im Rahmen meiner Möglichkeiten zu leben. Das ist klug. Hast du irgendwelche Tipps oder Ratschläge? Eine Sache, die ich mache, ist, meine Ausgaben zu verfolgen und ein Budget festzulegen. Das klingt hilfreich. Ich sollte auch damit anfangen. Es ist auch eine gute Idee, einen Notfallfonds zu haben. Ich verstehe. Ich fange an, für unerwartete Ausgaben zu sparen. Ich schätze deinen Rat, Anna. Das lindert meine Sorgen. Du bist willkommen, John. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Absolut. Lassen Sie uns auf eine sichere finanzielle Zukunft hinarbeiten. Ich stimme dir zu, John. Wir haben das. Danke, Anna. Zusammen werden wir vorbereitet sein. Kein Problem, John. Wir werden es gemeinsam angehen. Lektion 8. Wie war dein letzter Job? Hatten Sie irgendwelche Herausforderungen? Hallo, Anna. Wie ist dein letzter Job? Wurden Sie mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert? Hallo, John. Ja, ich hatte viele Projekte und enge Termine. Das klingt anspruchsvoll. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe Aufgaben priorisiert und bin organisiert geblieben. Es hat mir geholfen, die Arbeitsbelastung zu bewältigen. Das ist beeindruckend. Wurden Sie mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert? Manchmal war es schwierig, Termine einzuhalten und gleichzeitig die Qualität aufrecht zu erhalten. Ich kann mir vorstellen. Es erfordert ein sorgfältiges Zeitmanagement. Genau. Ich musste mich auch an wechselnde Prioritäten und Multitasking anpassen. Es hört sich so an, als ob du gut damit umgegangen bist. Irgendwelche Lektionen gelernt? Kommunikation und Teamwork waren entscheidend für den Erfolg. Das sind wertvolle Fähigkeiten. Wie fühlst du dich jetzt darüber? Ich fühle mich erfüllt und stolz auf meine Leistungen. Danke, John. Es ist nicht einfach, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Du bist willkommen, Anna. Ich bin froh, dass du daraus gewachsen bist. Ich auch, John. Es hat mich sowohl persönlich als auch beruflich geprägt. Das ist toll zu hören. Ich bewundere deine Widerstandsfähigkeit, Anna. Danke, John. Stellen wir uns gemeinsam neuen Herausforderungen. Absolut, Anna. Wir sind ein starkes Team. Lektion 9. Wann bist du startklar? Hallo, Anna. Wann bist du für unterwegs verfügbar? Ich bin etwas flexibel, bevorzuge aber Wochenenden. Hallo, John. Die Wochenenden funktionieren auch gut für mich. Welcher Tag ist besser? Samstag wäre ideal für mich. Wie steht's mit dir? Samstag funktioniert auch für mich. Treffen wir uns morgen früh? Morgen klingt gut. Um wie viel Uhr möchtest du dich treffen? Wie wäre es mit 10 Uhr? Das sollte uns genug Zeit geben. Perfekt. Dann planen wir, uns am Samstag um 10 Uhr zu treffen. Klingt nach einem Plan, John. Ich freue mich darauf. Ich auch, Anna. Es wird ein lustiger Tagesausflug. In der Tat. Machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit. Absolut. Wir sehen uns am Samstagmorgen, Anna. Wir sehen uns dann, John. Pass auf dich auf bis dahin auf. Lektion 10. Ich denke, ich werde weitermachen und meine Tickets online buchen. Hallo, Anna. Ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Ich denke, ich werde weitermachen und meine Tickets online buchen. Das ist eine gute Idee, John. Das ist praktisch und zeitsparend. Ja, online zu buchen ist viel einfacher. Danke für deinen Beitrag. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich schätze deinen Rat. Es macht den Prozess reibungsloser. Kein Problem, John. Ich bin jederzeit hier, um dir zu helfen. Großartig. Ich werde dafür sorgen, dass wir die besten Angebote für unsere Reise bekommen. Das klingt perfekt. Auf diese Weise können wir etwas Geld sparen. Absolut. Ich buche meine Tickets jetzt. Nochmals vielen Dank, Anna. Du bist willkommen, John. Hab eine fantastische Reise. Das werde ich. Ich werde dich bald sehen. Lektion 11. Wir sollten auch Sonnencreme und Insektenspray mitbringen. Hallo, Anna. Ich habe über unseren bevorstehenden Ausflug ins Freie nachgedacht. Wir sollten auch Sonnencreme und Insektenspray mitbringen, nur für alle Fälle. Das ist eine gute Idee, John. Sonnencreme schützt unsere Haut und Insektenspray hält die Ungeziefer fern. Genau. Es ist besser, vorbereitet zu sein und Beschwerden zu vermeiden. Ich stimme zu. Es ist immer gut, das Nötigste zur Hand zu haben. Und Insektenspray hilft uns, die Natur zu genießen, ohne von Insekten belästigt zu werden. Ich füge sie der Liste der Dinge hinzu, die du mitbringen musst. Sicherheit geht vor. Großartig. Es ist wichtig, auf uns selbst aufzupassen und gleichzeitig Spaß zu haben. Absolut. Wir möchten, dass unsere Reise angenehm und sorgenfrei ist. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Seien wir proaktiv und bringen wir diese Artikel mit. Einverstanden, John. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lektion 12. Ich bin heute einkaufen gegangen. Hallo Anna. Ich bin heute einkaufen gegangen. Das ist praktisch. Was hast du gekauft? Hallo John. Ich habe Obst, Gemüse und Milchprodukte gekauft. Das klingt nach einer gesunden und ausgewogenen Einkaufsliste. Ja, ich mag es, meine Mahlzeiten nahrhaft und frisch zu halten. Das ist ein großartiger Ansatz. Welche Früchte hast du bekommen? Ich habe Äpfel, Bananen und ein paar Beeren. Lecker. Die sind immer köstlich und voller Nährstoffe. Absolut. Und für Gemüse habe ich Spinat, Karotten und Bokoli gekauft. Exzellente Entscheidungen. Sie sind voller Vitamine und Mineralien. Danke, John. Und ich habe auch etwas Milch und Joghurt für Molkereiprodukte mitgenommen. Milchprodukte sind eine gute Kalzium- und Proteinquelle. Das ist richtig. Es ist wichtig, auf unseren Körper aufzupassen. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Gesundes Essen ist unerlässlich. In der Tat. Es geht darum, im Supermarkt kluge Entscheidungen zu treffen. Gut gemacht, Anna. Machen Sie weiter so mit Ihren gesunden Einkäufen. Danke, John. Ich werde mein Bestes geben. Lassen Sie uns unser Wohlbefinden priorisieren. Absolut. Unsere Gesundheit ist es wert. Lektion 13. Wie können wir diese angehen? Hallo, Anna. Es scheint, als hätten wir einige Problembereiche. Wie können wir diese angehen? Hallo, John. Wir können damit beginnen, die spezifischen Bedenken zu identifizieren. Das ist ein gutes Argument. Was sind die Hauptbereiche, mit denen wir uns befassen müssen? Wir sollten zuerst die dringendsten Anliegen priorisieren. Einverstanden. Sobald wir sie identifiziert haben, können wir Lösungen finden. Bei Bedarf können wir uns auch von Experten beraten oder beraten lassen. Das ist eine kluge Idee. Eine externe Perspektive kann hilfreich sein. Kommunikation ist der Schlüssel. Wir sollten unsere Bedenken offen erörtern. Absolut. Eine klare Kommunikation wird zu einem besseren Verständnis führen. Wir können zusammenarbeiten, um Aktionspläne auszuarbeiten. Zusammenarbeit ist wichtig. Wir können uns gegenseitig in unseren Bemühungen unterstützen. Konsequent kleine Schritte zu unternehmen, kann zu positiven Veränderungen führen. Ich stimme zu, Anna. Lassen Sie uns proaktiv sein und darauf hinarbeiten, diese Bedenken auszuräumen. Wir haben das, John. Gemeinsam können wir alle Herausforderungen bewältigen. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Stellen wir uns ihnen direkt. Lektion 14, dann achte ich darauf, früh anzukommen. Hallo, Anna. Ich habe gerade herausgefunden, dass eine Strafgebühr anfällt, wenn wir zu spät am Bahnhof ankommen. Ich werde dann sicherstellen, dass ich früh ankomme. Hallo, John. Das ist eine gute Idee. Pünktlichkeit ist wichtig, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Absolut. Ich möchte keine unnötigen Strafen zahlen. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Guter Anruf, John. Danke, Anna. Ihr Rat ist immer hilfreich. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Ihre Führung hat mich viele Male vor Schwierigkeiten bewahrt. Ich freue mich, das zu hören, John. Ich bin hier, um zu helfen. Ich weiß das zu schätzen, Anna. Es ist gut, zuverlässige Freunde zu haben. Bei Freundschaft geht es darum, sich gegenseitig zu unterstützen, John. Du hast recht, Anna. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Ebenso, John. Lasst uns weiterhin aufeinander aufpassen. Definitiv, Anna. Gemeinsam können wir alle Herausforderungen meistern. Das ist der Geist, John. Wir sind ein großartiges Team. Danke, Anna. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Jederzeit, John. Wir machen das zusammen durch. Lektion 15 Ich wollte dir danken, dass du mich für diese Gelegenheit in Betracht gezogen hast. Hallo, Anna. Ich wollte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mich für diese Gelegenheit in Betracht gezogen haben. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hallo, John. Du bist willkommen. Ich glaube, du bist die richtige Person für den Job. Das bedeutet mir viel, Anna. Ich freue mich über die Gelegenheit. Ich freue mich, das zu hören, John. Ich denke, du wirst das großartig machen. Ich werde mein Bestes geben. Ich freue mich darauf, die Herausforderung anzunehmen. Das ist der Geist, John. Ich habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Danke für dein Vertrauen in mich, Anna. Es stärkt mein Selbstvertrauen. Du hast es verdient, John. Ich weiß, dass du glänzen wirst. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß, dass du das nicht tun wirst, John. Ich bin hier, um dich auf dem ganzen Weg zu unterstützen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Es ist toll, dich in meiner Ecke zu haben. Jederzeit, John. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus dieser Gelegenheit machen. Absolut, Anna. Ich bin dankbar für diese Chance. Lektion 16 Ich habe darüber nachgedacht, wie ich unsere Zielgruppe erreichen und ansprechen kann. Hallo, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich unsere Zielgruppe erreichen und erschließen kann. Hallo, John. Das klingt vielversprechend. Es ist wichtig, mit den richtigen Leuten in Kontakt zu treten. Absolut. Wir müssen ihre Bedürfnisse und Interessen verstehen. Die Recherche unserer Zielgruppe wird uns helfen, unseren Ansatz maßgeschneidert zu gestalten. Ich stimme zu. Wir sollten Daten sammeln und ihre Präferenzen analysieren. Sobald wir ein besseres Verständnis haben, können wir gezielte Marketingstrategien entwickeln. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird uns helfen, die richtigen Leute effektiv zu erreichen. Wir können Social-Media-Plattformen nutzen, um mit unserem Publikum in Kontakt zu treten. Soziale Medien sind ein wirksames Instrument, um Verbindungen aufzubauen und das Bewusstsein zu schärfeln. Wir können auch Kooperationen oder Partnerschaften mit Influencern in Betracht ziehen. Kollaborationen können unsere Reichweite vergrößern und uns einem neuen Publikum vorstellen. Vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, wertvolle und qualitativ hochwertige Inhalte bereitzustellen. Absolut. Wertvolle Inhalte werden unsere Zielgruppe anziehen und binden. Kontinuierliche Kommunikation und Feedback werden uns helfen, unsere Strategien zu verfeinern. Feedback ist entscheidend für Verbesserungen. Wir sollten zuhören und uns entsprechend anpassen. Ich freue mich auf diese Reise, John. Lasst uns weiter forschen und lernen. Ich auch, Anna. Gemeinsam werden wir eine bedeutende Wirkung auf unsere Zielgruppe haben. Lektion 17 Ich habe über Verbraucherverhalten gelesen. Hallo, Anna. Ich habe über Verbraucherverhalten gelesen. Was hat es über die aktuellen Kauftrends gesagt? Hallo, John. Es wurde erwähnt, dass die Verbraucher der Nachhaltigkeit zunehmend Priorität einräumen. Das ist interessant. Also werden sich die Menschen ihrer Umweltbelastung immer bewusster? Ja, genau. Sie bevorzugen umweltfreundliche Produkte und ethische Marken. Das ist eine positive Veränderung. Es ist wichtig, das Wohlergehen unseres Planeten zu berücksichtigen. Absolut. In der Studie wurde auch der Anstieg des Online-Shoppings erwähnt. Online-Shopping ist für viele bequemer und zugänglicher geworden. Ja, und es hat die Bedeutung personalisierter Erlebnisse hervorgehoben. Personalisierung kann die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung verbessern. In der Studie wurde auch der Einfluss der sozialen Medien auf Kaufentscheidungen erwähnt. Social-Media-Plattformen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Verbraucherentscheidungen. Es ist interessant, wie sich das Verbraucherverhalten ständig weiterentwickelt. In der Tat kann das Verständnis dieser Trendsunternehmen helfen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein. Absolut. Die Anpassung an die Präferenzen der Verbraucher ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich, dass wir uns dieser Trends bewusst sind. Es wird uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Definitiv, John. Bleiben wir auf dem Laufenden und reagieren wir auf das Verbraucherverhalten. Einverstanden, Anna. Auf diese Weise können wir ihre Bedürfnisse erfüllen und ihre Erwartungen übertreffen. Lektion 18 Ich dachte, wir könnten wandern gehen. Hallo, Anna. Ich dachte, wir könnten wandern gehen. Was denkst du? Hallo, John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bin bereit dafür. Fantastisch. Wandern wird eine lustige und abenteuerliche Aktivität sein. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu genießen und sich zu bewegen. Definitiv. Außerdem können wir neue Wege und wunderschöne Landschaften erkunden. Das ist wahr. Es wird erfrischend sein, von Natur umgeben zu sein. Wir sollten ein paar Snacks und viel Wasser für die Wanderung einpacken. Gut gedacht, John. Es ist wichtig, hydratisiert und getankt zu bleiben. Wir können auch eine Kamera mitbringen, um die malerischen Aussichten einzufangen. Ja, Fotos helfen uns, die Erinnerungen an unsere Wanderung zu bewahren. Lassen Sie uns die Wettervorhersage überprüfen und einen geeigneten Tag auswählen. Klingt nach einem Plan. Wir sollten uns einen Tag mit schönem Wetter aussuchen. Ich freue mich, Anna. Es wird ein lustiges Abenteuer zusammen sein. Ich auch, John. Machen wir das Beste aus unserer Wanderung. Absolut. Es wird eine großartige Erfahrung werden. Lektion 19 Ich habe gerade einen Science-Fiction-Film gesehen. Hallo, Anna. Ich habe gerade einen Science-Fiction-Film gesehen und die visuellen Effekte waren unglaublich. Hast du ihn gesehen? Hallo, John. Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich liebe Filme mit unglaublichen visuellen Effekten. Du solltest es dir auf jeden Fall ansehen. Es war überwältigend. Ich werde es zu meiner Watchlist hinzufügen. Danke für die Empfehlung. Du bist willkommen. Hast du noch andere Film-Empfehlungen? Nun, vielleicht sollten wir auch das Genre und die Handlung berücksichtigen. Das ist ein gutes Argument. Verschiedene Genres können einzigartige Erlebnisse bieten. Ja, es ist wichtig, Filme auszuwählen, die unseren Vorlieben entsprechen. Absolut. Wir sollten auch die Bewertungen und Rezensionen berücksichtigen. Einverstanden. Bewertungen können uns eine Vorstellung von der Gesamtqualität geben. Lassen Sie uns verschiedene Genres erkunden und versteckte Juwelen entdecken. Klingt nach einem Plan. Filmabende sind immer lustig und unterhaltsam. Ich freue mich auf unseren Film-Marathon. Es wird großartig werden. Ich auch, John. Ich freue mich darauf, zusammen tolle Filme zu sehen. Lass uns Popcorn machen und die filmische Reise genießen. Lektion 20 Wie lange sollten wir deiner Meinung nach einplanen? Hallo, Anna. Ich habe über unseren bevorstehenden Urlaub nachgedacht. Wie lange sollten wir deiner Meinung nach einplanen? Hallo, John. Es hängt davon ab, was Sie während der Reise sehen und tun möchten. Das ist wahr. Wir sollten die Aktivitäten und Attraktionen in Betracht ziehen, die wir erleben möchten. Wenn es viele Orte gibt, die wir besuchen möchten, würde ich mindestens zwei Wochen vorschlagen. Zwei Wochen hören sich gut an. Es wird uns genug Zeit geben, um zu erkunden und uns zu entspannen. Wir können unsere Zeit zwischen Besichtigungen und Freizeitaktivitäten aufteilen. Das klingt nach einem ausgewogenen Plan. Wir können das Beste aus beiden Welten haben. Es ist wichtig, auch bei unserer Reiseroute etwas Flexibilität zu haben. Absolut. Wir sollten Raum für spontane Abenteuer lassen. Und vergessen Sie nicht, die Reisezeit zwischen den Zielen zu berücksichtigen. Guter Punkt. Wir wollen uns nicht gehetzt oder erschöpft fühlen. Lassen Sie uns die Orte, die wir besuchen möchten, recherchieren und einen groben Zeitplan erstellen. Tolle Idee. Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer gut geplanten und angenehmen Reise. Ich freue mich, John. Es wird ein unvergesslicher Urlaub. Ich auch, Anna. Ich kann es kaum erwarten, mich gemeinsam auf dieses Abenteuer einzulassen. Machen wir das Beste aus unserer Zeit und schaffen wir schöne Erinnerungen. Einverstanden, Anna. Es wird eine unglaubliche Reise werden. Lektion 21. Ich habe online ein gebrauchtes Auto gefunden. Hallo, Anna. Ich habe online ein gebrauchtes Auto gefunden und der Preis scheint zu gut um wahr zu sein. Was denkst du? Hallo, John. Warum sagst du das? Mir scheint das ein großes Angebot zu sein. Nun, der Preis ist deutlich niedriger als bei anderen Autos desselben Modells. Das stimmt, kann aber an verschiedenen Faktoren wie Kilometerstand oder Zustand liegen. Du hast recht. Ich sollte mich nach der Geschichte und Wartung des Autos erkundigen. Definitiv. Es ist wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Ich werde auch prüfen, ob es versteckte Gebühren oder zusätzliche Kosten gibt. Ich möchte nur vorsichtig sein und sicherstellen, dass es sich um eine zuverlässige Investition handelt. Es ist immer ratsam, Nachforschungen anzustellen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich schätze deinen Beitrag, Anna. Es hilft mir, alle Aspekte zu berücksichtigen. Kein Problem, John. Ich möchte sicher gehen, dass Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Danke. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ich werde mit Vorsicht vorgehen. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Lass uns das perfekte Auto für dich finden. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Zusammen werden wir die richtige Wahl treffen. Lektion 22 Hast du schon einmal selbst ein neues Shirt gekauft? Hallo, Anna. Hast du jemals selbst ein neues Shirt gekauft? Hallo, John. Ja, habe ich. Es kann ziemlich aufregend sein. Das ist großartig. Ich denke darüber nach, mir ein neues Shirt zuzulegen und ich könnte einen Rat gebrauchen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Wonach suchst du in einem neuen Shirt? Ich möchte etwas Stylishes und Bequemes für den Alltag. Überlegen Sie sich den Stoff und die Passform, die Ihren Vorlieben entsprechen. Guter Punkt. Ich suche nach Hemden aus atmungsaktiven Materialien. Achten Sie auch auf die Farbe und das Muster. Ich möchte etwas Vielseitiges, das mit verschiedenen Outfits kombiniert werden kann. Neutrale Farben wie Schwarz, Weiß oder Blau sind immer eine sichere Wahl. Das klingt nach einer guten Idee. Einfach und leicht zu kombinieren. Vergessen Sie nicht, es vor dem Kauf anzuprobieren und die Größe zu überprüfen. Absolut. Ich möchte, dass es gut sitzt und sich wohl anfühlt. Genießt den Prozess, John. Neue Klamotten zu kaufen kann Spaß machen. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Ihr Rat ist wertvoll. Ich bin mir sicher, dass du das perfekte Shirt finden wirst. Ich gehe mit Zuversicht auf Händenjagd. Viel Spaß beim Einkaufen. Ich schätze Ihre Ermutigung. Ich lasse dich wissen, was ich finde. Lektion 23. Mir ist aufgefallen, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Bräuche und Traditionen haben. Hallo, Anna. Mir ist aufgefallen, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Bräuche und Traditionen haben. Ein Beispiel ist die Art und Weise, wie sich Menschen begrüßen. An manchen Stellen geben sie sich die Hand. Gibt es noch andere Unterschiede, die Sie interessant finden? Hallo, John. Ja, Essensgewohnheiten können je nach Kultur variieren. Das ist wahr. Mir ist aufgefallen, dass einige Kulturen Essstöckchen verwenden, während andere Gabeln und Messer verwenden. Absolut. Es ist faszinierend, wie verschiedene Utensilien zum Essen verwendet werden. Ich habe auch gehört. Ich habe auch gehört, dass es in manchen Kulturen höflich ist, nach dem Essen zu rülpseln, um Zufriedenheit zu zeigen. Ja, in bestimmten Kulturen wird es als Kompliment an den Koch angesehen. Das ist ganz anders als das, was ich gewohnt bin. Rülpseln wird in meiner Kultur normalerweise als unhöflich angesehen. Es zeigt nur, wie sich Bräuche unterscheiden und unterschiedliche Bedeutungen haben können. In der Tat. Es ist wichtig, sich dieser kulturellen Unterschiede bewusst zu sein und sie zu respektieren. Absolut. Dies kann zu einem besseren Verständnis und einer besseren Wertschätzung anderer Traditionen führen. Ich finde es faszinierend, diese Bräuche aus der ganzen Welt kennenzulernen. Ich auch, John. Es öffnet unseren Geist für verschiedene Arten des Lebens und der Interaktion. Lassen Sie uns weiterhin die Vielfalt der Kulturen der Welt erkunden und annehmen. Klingt nach einem Plan, John. Es ist eine wunderbare Entdeckungsreise. Lektion 24 Ich muss heute ein paar Besorgungen machen. Gibt es eine Bank in der Nähe? Hallo Anna. Ich muss heute ein paar Besorgungen machen. Gibt es eine Bank in der Nähe? Ja, es gibt eine Bank gleich um die Ecke von hier. Das ist praktisch. Danke, dass du mich informiert hast. Du bist willkommen, John. Brauchst du sonst noch Hilfe? Eigentlich muss ich auch später einen Zug erwischen. Wie weit ist der Bahnhof? Der Bahnhof ist ca. 10 Minuten von hier entfernt. Das ist nicht zu weit. Ich sollte genug Zeit haben, um dorthin zu gelangen. Ja, du wirst viel Zeit haben, wenn du bald gehst. Großartig! Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Anna. Das macht es mir leichter. Ich helfe Ihnen gerne weiter, John. Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Das werde ich tun, Anna. Nochmals vielen Dank. Ich sehe dich später. Kein Problem, John. Mach's gut und hab einen erfolgreichen Tag. Du auch, Anna. Tschüss fürs Erste. Lektion 25 Was hältst du davon, auf eine Insel zu gehen? Hallo, Anna. Ich habe über unseren nächsten Urlaub nachgedacht. Was hältst du davon, auf eine Insel zu gehen? Hallo, John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Es gibt so viele Inseln zur Auswahl. Absolut. Wir könnten zum Beispiel nach Barbados gehen. Es ist bekannt für seine schönen Strände. Barbados klingt fantastisch. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Es bietet eine perfekte Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Ich freue mich darauf, die atemberaubenden Strände zu erkunden und Wassersportarten auszuprobieren. Wir können auch in die lebendige lokale Kultur und Küche eintauchen. Das ist wahr. Es wird ein fantastisches Erlebnis sein, die Traditionen der Insel zu entdecken. Außerdem werden das warme Wetter und die tropische Atmosphäre erfrischend sein. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne auf meiner Haut zu spüren und die Inselstimmung zu genießen. Beginnen wir mit der Planung und Recherche der besten Sehenswürdigkeiten auf Barbados. Klingt nach einem Plan, John. Das wird ein unglaublicher Inselurlaub. Ich freue mich auf unser Abenteuer auf Barbados, Anna. Lektion 26. Ich hatte heute eine Flugverspätung. Hallo, Anna. Ich hatte heute eine Flugverspätung, aber zumindest haben Sie mich auf dem Laufenden gehalten. Hallo, John. Das ist gut zu hören. In solchen Situationen ist es wichtig, Updates zu haben. Ja, es hat mir geholfen, meine Erwartungen zu erfüllen und Frustration zu reduzieren. Haben Sie eine Entschädigung für die Verspätung angeboten? Noch nicht, aber ich werde mich beim Kundenservice danach erkundigen. Es lohnt sich zu fragen. Manchmal bieten Fluggesellschaften eine Entschädigung für erhebliche Verspätungen. Ich hoffe, Sie können eine Art Entschädigung für die Unannehmlichkeiten anbieten. Definitiv, John. Es ist wichtig, dass Sie sich für Ihre Rechte als Passagier einsetzen. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Bedenken zum Ausdruck bringe und gegebenenfalls eine Entschädigung fordere. Viel Glück, John. Ich hoffe, Sie können die Situation zu Ihrer Zufriedenheit lösen. Danke, Anna. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Kein Problem, John. Lass mich wissen, ob ich noch etwas tun kann, um zu helfen. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank. Ich werde bald mit dir sprechen. Lektion 27. Ich gehe später in den Supermarkt. Hallo, Anna. Ich gehe später in den Supermarkt. Hast du irgendwelche Tipps, um die besten Angebote zu finden? Hallo, John. Ja, ich versuche immer, die besten Angebote zu finden, wenn ich einkaufen gehe. Das ist großartig. Wie gehst du normalerweise vor, um diese Angebote zu finden? Ich schaue auf dem Wochenflyer des Supermarktes nach Rabatten und Sonderangeboten. Gute Idee. Ich besorge mir bei meiner Ankunft unbedingt einen Flyer. Es ist auch hilfreich, die Preise zwischen verschiedenen Marken und Produkten zu vergleichen. Ich sollte mir also Zeit nehmen und die Preise vergleichen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ja, auf diese Weise können Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis wählen. Gibt es bestimmte Bereiche oder Gänge, in denen ich nach Angeboten suchen sollte? Halten Sie Ausschau nach Ausverkaufsbereichen oder Regalen mit reduzierten Artikeln. Das werde ich auf jeden Fall tun. Geld sparen ist immer eine gute Sache. Absolut. Es ist auch eine gute Idee, sich mit dem Nötigsten einzudecken, wenn es im Angebot ist. Das ergibt Sinn. Der Kauf in großen Mengen kann zu langfristigen Einsparungen führen. Vergessen Sie nicht, auch nach Gutscheinen oder Treueprogrammen zu suchen. Richtig. Ich werde sehen, ob es Gutscheine gibt, die ich für zusätzliche Einsparungen verwenden kann. Viel Glück, John. Ich hoffe, du findest tolle Angebote im Supermarkt. Danke, Anna. Ich schätze deinen Rat. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Du bist willkommen, John. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Einkaufsbummel. Lektion 28 Ich bin wirklich froh, dass ich hierher gezogen bin. Hallo, Anna. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich wirklich froh bin, dass ich hierher gezogen bin. Hallo, John. Das ist wunderbar zu hören. Wir freuen uns, dich als unsere neuen Nachbarn zu haben. Danke, Anna. Jeder war so herzlich und freundlich. Es ist eine eng verbundene Community und wir freuen uns, dass Sie ein Teil davon sind. Ich habe schon ein paar Nachbarn getroffen und sie waren wirklich nett. Das ist toll zu hören. Der Aufbau von Verbindungen zu Nachbarn kann dazu führen, dass sich ein Ort wie zu Hause anfühlt. Absolut. Es ist schön zu wissen, dass hier ein Gemeinschaftsgefühl herrscht. Wenn Sie jemals etwas benötigen oder Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Es ist beruhigend, unterstützende Nachbarn zu haben. Wir sind hier, um zu helfen. Lasst uns dieses Viertel zu einem noch besseren Ort zum Leben machen. Das klingt nach einem großartigen Plan, Anna. Zusammen können wir eine wunderbare Gemeinschaft schaffen. Nochmals willkommen, John. Wir freuen uns, dass du hier bist. Danke, Anna. Ich bin dankbar, Teil dieser Community zu sein. Lektion 29. Ich dachte, wir könnten dieses Wochenende wandern gehen. Hallo, Anna. Ich dachte, wir könnten dieses Wochenende wandern gehen. Was denkst du? Hallo, John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bin bereit für ein Outdoor-Abenteuer. Fantastisch. Es wird eine schöne Art sein, die Natur zu genießen und sich zu bewegen. Ich stimme zu. Wandern ist immer erfrischend und verjüngend. Wir können einen malerischen Weg wählen und ein paar Snacks für die Reise einpacken. Das klingt perfekt. Wir können auch eine Kamera mitbringen, um die schönen Aussichten einzufangen. Tolle Idee. Es wird schön sein, ein paar Erinnerungen an unsere Wanderreise zu haben. Definitiv. Lassen Sie uns unsere Route planen und sicherstellen, dass wir die richtige Wanderausrüstung haben. Sicherheit geht vor. Wir bringen ausreichend Wasser mit und tragen bequeme Schuhe. Absolut. Wir sollten auch die Wettervorjersage überprüfen, bevor wir gehen. Guter Punkt. Wir möchten sicherstellen, dass es ein angenehmes und sicheres Wandererlebnis ist. Ich freue mich, John. Es wird ein lustiges Abenteuer in der freien Natur. Ich auch, Anna. Machen wir das Beste aus unserer Wanderung und genießen wir jeden Moment. Einverstanden, John. Es wird ein unvergesslicher Tag werden. Lektion 30. Bist du schon einmal mit dem Zug gereist? Hallo, Anna. Bist du schon einmal mit dem Zug gereist? Ich denke darüber nach, eine Reise zu machen. Hallo, John. Ja, habe ich. Zugreisen können eine großartige Erfahrung sein. Wo willst du hin? Ich denke über einen Ausflug in die Küstenstadt nach. Es ist bekannt für seine schönen Strände. Das klingt wunderbar. Zugreisen können landschaftlich reizvoll und entspannend sein. Wann denkst du darüber nach zu gehen? Ich denke darüber nach, nächsten Monat zu fahren, in der Nebensaison. Das ist eine gute Idee. Es ist vielleicht weniger überfüllt und sie finden vielleicht bessere Angebote. Ich hoffe es. Hast du irgendwelche Tipps für Zugreisen? Es ist mein erstes Mal. Klar. Stellen Sie sicher, dass Sie früh am Bahnhof ankommen, um Hektik in letzter Minute zu vermeiden. Guter Rat. Gibt es bestimmte Arten von Tickets oder Sitzplätzen, die ich in Betracht ziehen sollte? Das hängt von Ihren Vorlieben ab. Sie können zwischen einem normalen Sitzplatz oder einer bequemeren Option wie einem Schlafplatz oder einer Business Class wählen. Zugreisen können eine großartige Möglichkeit sein, die Landschaft zu erkunden und die lokale Kultur zu erleben. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Ich schätze deinen Beitrag, Anna. Du bist willkommen, John. Ich bin mir sicher, dass du eine wundervolle Reise haben wirst. Genieß deine Zugreise. Danke, Anna. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Lektion 31. Ich möchte Obst, Gemüse und einige Milchprodukte kaufen. Hallo, Anna. Ich möchte Obst, Gemüse und einige Milchprodukte kaufen. Hallo, John. Das ist großartig. Es ist wichtig, sich ausgewogen mit frischen Produkten und Milchprodukten zu ernähren. Absolut. Obst und Gemüse liefern wichtige Vitamine und Mineralien. Und Milchprodukte sind eine gute Calcium- und Proteinquelle. Außerdem verleihen sie unseren Mahlzeiten Abwechslung und Geschmack. Hast du Lieblingsobst oder Gemüse? Ich mag Äpfel, Bananen und Orangen als meine Lieblingsfrüchte. Als Gemüse mag ich Brokkoli, Karotten und Spinat. Das sind alles gesunde Entscheidungen. Ich bin ein Fan von Beeren, besonders Erdbeeren, und ich mag Tomaten und Paprika. Das ist großartig. Es ist schön, eine Vielzahl von Obst und Gemüse zur Auswahl zu haben. Definitiv. Es ist auch wichtig, wann immer möglich frische und saisonale Produkte zu kaufen. Ich stimme zu. Es sorgt für einen besseren Geschmack und Nährwert. Es ist gut, dass Sie dem Kauf dieser Lebensmittel Priorität einräumen. Es trägt zu einem gesunden Lebensstil bei. Danke, Anna. Ich glaube daran, wie wichtig es ist, unseren Körper mit nahrhaften Lebensmitteln zu versorgen. Du bist willkommen, John. Es ist mir eine Freude, diese gesunden Optionen mit Ihnen zu besprechen. Ebenso, Anna. Lassen Sie uns weiterhin bewusste Lebensmittelentscheidungen für unser Wohlbefinden treffen. Lektion 32. Wie wäre es mit einem Rot-Trip? Hallo, Anna. Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einem Rot-Trip? Hallo, John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bin bereit dafür. Wie lange hast du vor? Ich habe über eine einwöchige Reise nachgedacht. Es würde uns genug Zeit geben, um verschiedene Orte zu erkunden. Eine Woche klingt gut. Wir können viel zurücklegen und das Beste aus unserer Reise machen. Genau. Wir können eine Reiseroute planen und dabei einige Ziele einbeziehen, die man gesehen haben muss. Das klingt aufregend. Und haben Sie bestimmte Orte im Sinn, die Sie gerne besuchen würden? Ich habe großartige Dinge über die Küstenstadt und den Nationalpark gehört. Ich denke, Sie wären einen Besuch wert. Das klingt nach fantastischen Entscheidungen. Ich freue mich auf die malerische Aussicht und die Outdoor-Aktivitäten. Das wird ein unvergessliches Erlebnis, Anna. Ich freue mich, dass du an Bord bist. Ich auch, John. Es macht immer Spaß, sich auf ein Abenteuer einzulassen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Absolut. Lass uns mit der Planung beginnen und uns auf einen fantastischen Roadtrip vorbereiten. Lektion 33. Ich habe über meine Fitnessroutine nachgedacht. Hallo, Anna. Ich habe über meine Fitnessroutine nachgedacht und denke, ich sollte mehr Krafttraining einbauen. Hallo, John. Das ist eine großartige Idee. Krafttraining kann helfen, Muskeln aufzubauen und die allgemeine Fitness zu verbessern. Ja, ich habe gehört, dass es auch den Stoffwechsel ankoppeln und eine bessere Knochengesundheit fördern kann. Absolut. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Trainingsprogramm zu haben, das sowohl Kardio- als auch Krafttraining umfasst. Ich stimme zu. Ich habe mich mehr auf Kardio konzentriert, also wird das Hinzufügen von Krafttraining dazu beitragen, mein Training auszubalanctieren. Sie können mit Körpergewichtsübungen wie Liegestützen, Kniebeugen und Planken beginnen. Sie benötigen keine Ausrüstung. Das ist ein guter Vorschlag. Ich kann diese Übungen zu Hause machen, ohne ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Sie können auch erwägen, Widerstandsbänder oder Kurzhanteln zu verwenden, wenn Sie Fortschritte machen und mehr Herausforderungen hinzufügen möchten. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Haben Sie spezielle Krafttrainingseinheiten oder Ressourcen, die Sie empfehlen? Es gibt viele Online-Trainingsvideos und Apps, die angeleitete Krafttrainingsroutinen anbieten. Ich kann einige Empfehlungen mit Ihnen teilen. Das wäre großartig. Ich schätze deine Hilfe, Anna. Ich freue mich darauf, mehr Krafttraining in meine Routine zu integrieren. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Ich bin mir sicher, dass Sie große Vorteile daraus ziehen werden, Ihr Training um Krafttraining zu erweitern. Danke, Anna. Ihre Unterstützung und Ihr Rat bedeuten mir viel. Lassen Sie uns unsere Fitnessziele weiter vorantreiben. Lektion 34 Ich wollte meine Erfahrungen mit Essen in Bangkok teilen. Hallo, Anna. Ich wollte meine Erfahrungen mit Essen in Bangkok teilen, aber am Ende hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Hallo, John. Oh nein, es tut mir leid, das zu hören. Eine Lebensmittelvergiftung kann ziemlich unangenehm sein. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, Gott sei Dank. Es hat ein paar Tage gedauert, aber ich fühle mich langsam wieder normal. Das ist gut zu hören. Lebensmittelvergiftungen können sehr schwerwiegend sein, daher ist es wichtig, auf sich selbst aufzupassen und sich auszuruhen. Definitiv. Es war eine Lektion, die ich für mich gelernt habe. Ich hätte vorsichtiger sein sollen, was ich gegessen habe. Es ist immer wichtig, auf die Lebensmittelsicherheit zu achten, insbesondere wenn Sie an neue Orte reisen. Absolut. Ich denke, es ist eine gute Idee, nach lokalen Lebensmittelempfehlungen zu suchen und seriöse Einrichtungen auszuwählen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist auch eine gute Idee, Streetfood oder ungekochte rohe Lebensmittel zu vermeiden, wenn Sie sich über deren Hygiene nicht sicher sind. Ja, das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein und der Lebensmittelsicherheit Priorität einräumen. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Ich freue mich, dass du dich erholst, John. Gehen Sie es ruhig an und achten Sie darauf, hydratisiert zu bleiben. Danke, Anna. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Ich werde in Zukunft definitiv besser auf mich selbst aufpassen. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Konzentrieren wir uns darauf, unsere zukünftigen kulinarischen Abenteuer mit Vorsicht zu genießen. Absolut, Anna. Ich lasse mich von diesem Rückschlag nicht abschrecken. Ich werde achtsamer sein und weiterhin verantwortungsbewusst neue Küchen entdecken. Das ist der Geist, John. Ich wünsche Ihnen viele köstliche und sichere kulinarische Erlebnisse. Lektion 35 Ich habe einen Vorschlag für unsere heutige Trainingseinheit. Hallo, Anna. Ich habe einen Vorschlag für unsere heutige Trainingseinheit. Du musst nichts mitbringen, nur deine Trainingskleidung und eine Wasserflasche. Hallo, John. Das klingt praktisch. Mir gefällt die Idee, es einfach zu halten. Ich werde darauf achten, mich angemessen zu kleiden und meine Wasserflasche mitzubringen. Großartig. Wir können uns auf Körpergewichtsübungen konzentrieren und die Parkgeräte für ein Ganzkörpertraining nutzen. Absolut. Das klingt nach einem Plan. Es ist schön, ein Training zu haben, für das keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich ist. Ich bin bereit für die Herausforderung. Es wird eine gute Gelegenheit sein, an Kraft und Ausdauer zu arbeiten. Definitiv. Und vergiss nicht, während des Trainings hydratisiert zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, eine Wasserflasche mitzubringen. Ich werde dafür sorgen, dass ich es dabei habe. Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel, besonders wenn Sie im Freien trainieren. Perfekt. Treffen wir uns in einer Stunde im Park und beginnen wir mit unserer Trainingseinheit. Klingt nach einem Plan, John. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns im Park. Wir sehen uns dort, Anna. Machen wir daraus eine produktive und anregende Trainingseinheit. Lektion 36. Ich denke, es wäre eine gute Idee, ein paar Snacks für unsere Reise mitzubringen. Hallo, Anna. Ich denke, es wäre eine gute Idee, ein paar Snacks für unsere Reise mitzubringen. Hallo, John. Sie können sich bei langen Fahrten oder wenn wir neue Orte erkunden, als nützlich erweisen. Snacks können uns mit Energie versorgen und Hungerattacken vorbeugen, wenn wir unterwegs sind. Genau. Wir können einige Müsslriegel, Obst und Nüsse für eine gesunde und bequeme Option einpacken. Ich mache mir eine Notiz, um Sie mitzubringen. Es ist immer gut, ein paar Snacks griffbereit zu haben. Das ist perfekt. Fangen wir jetzt an, unsere Reise zu planen. Wir können verschiedene Ziele und Aktivitäten recherchieren. Absolut. Ich freue mich darauf, in den Planungsprozess einzutauchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt. Ich stimme zu. Es wird Spaß machen, gemeinsam neue Orte zu entdecken und tolle Erinnerungen zu schaffen. Ich helfe Ihnen dabei, mehr über unsere potenziellen Ziele, Unterkünfte und Attraktionen zu recherchieren. Das wäre fantastisch, Anna. Ihr Beitrag und Ihre Unterstützung werden sehr geschätzt. Es ist mir ein Vergnügen, John. Machen wir diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lektion 37, mir wurden einige spannende Jobmöglichkeiten angeboten. Hallo, Anna. Mir wurden einige spannende Jobmöglichkeiten angeboten, aber ich möchte meine Familie nicht enttäuschen. Hallo, John. Das sind großartige Neuigkeiten. Es ist wichtig, die Erwartungen und Sorgen Ihrer Familie zu berücksichtigen. Ja, Ihre Unterstützung und Ihr Glück bedeuten mir viel. Ich möchte eine Entscheidung treffen, die uns allen Freude bereitet. Es ist wichtig, offen und ehrlich mit Ihrer Familie zu kommunizieren. Teilen Sie Ihre Gedanken mit und hören Sie sich Ihre Sichtweisen an. Du hast recht. Ich sollte ein Gespräch mit Ihnen führen, um Ihre Erwartungen zu verstehen und die Möglichkeiten zu besprechen. Das ist ein guter Ansatz. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Meinung dazu haben und Ihre Ratschläge berücksichtigen, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen. Ich möchte ein Gleichgewicht zwischen der Verfolgung meiner eigenen Ziele und der Erfüllung der Wünsche meiner Familie finden. Dieses Gleichgewicht zu finden kann schwierig sein. Aber es ist möglich. Denken Sie daran, dass Ihr Glück und Ihre Erfüllung auch wichtig sind. Danke, Anna. Ihre Unterstützung und Anleitung bedeuten mir viel. Ich werde dieses Gespräch mit meiner Familie führen und eine fundierte Entscheidung treffen. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Vertraue dir selbst und folge deinem Herzen. Du wirst die richtige Wahl treffen. Ich schätze deine Ermutigung, Anna. Lassen Sie uns sehen, wie sich alles entwickelt und ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Klingt gut, John. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei, diese Möglichkeiten zu nutzen und Erfüllung zu finden. Lektion 38. Ich habe ein tolles Hotel für unsere Reise gefunden. Hallo, Anna. Ich habe ein tolles Hotel für unsere Reise gefunden. Es hat hervorragende Bewertungen und bietet einen angenehmen Aufenthalt. Hallo, John. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, eine Unterkunft zu wählen, die unseren Bedürfnissen entspricht und ein komfortables Erlebnis gewährleistet. Absolut. Ich denke, wir sollten es jetzt buchen, um unsere Reservierung zu sichern und Verfügbarkeitsprobleme in letzter Minute zu vermeiden. Das klingt nach einem guten Plan. Wenn wir im Wohaus buchen, können wir uns beruhigt auf andere Aspekte unserer Reise konzentrieren. Außerdem haben wir mehr Zeit, um zu planen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Ich stimme zu. Es ist immer besser, proaktiv zu sein und vor unserer Abreise alles in Ordnung zu haben. Soll ich dann weitermachen und die Reservierung vornehmen? Ja, bitte. Lass es uns jetzt buchen und die Unterkunft von unserer Liste der Aktivitäten streichen. Perfekt. Ich kümmere mich darum und gebe dir Bescheid, sobald es fertig ist. Danke, John. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, um uns beiden einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Du bist willkommen, Anna. Es ist mir eine Freude. Ich möchte, dass unsere Reise unvergesslich und angenehm ist. Ich freue mich darauf. Lassen Sie uns unsere Vorbereitungen fortsetzen und diese Reise zu einem fantastischen Erlebnis machen. Absolut, Anna. Zusammen werden wir tolle Erinnerungen schaffen. Lektion 39. Ich liebe gegrilltes Gemüse. Hallo, Anna. Ich habe auf der Speisekarte nachgesehen und Sie haben einen gegrillten Gemüseteller. Hallo, John. Das klingt köstlich. Ich liebe gegrilltes Gemüse. Großartig. Ich denke, das wäre eine gesunde und leckere Wahl. Definitiv. Gegrilltes Gemüse ist eine nahrhafte Option. Könnte ich übrigens auch einen Beilagensalat zu meinem Essen bekommen? Natürlich. Das Hinzufügen eines Beilagensalats ist eine gute Idee für zusätzliche Frische. Danke, Anna. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Kein Problem, John. Ich gehe gerne auf Ihre Wünsche ein. Lass uns unsere Bestellung aufgeben und unser Essen genießen. Einverstanden, John. Guten Appetit. Lektion 40. Wie wäre es, wenn wir uns heute später treffen? Hallo, Anna. Wie wäre es, wenn wir uns heute später treffen? Gegen 18 Uhr? Hallo, John. Das funktioniert bei mir. 18 Uhr klingt gut. Am Abend habe ich etwas Freizeit. Perfekt. Treffen wir uns dann an unserem gewohnten Ort, dem Café in der Innenstadt. Klingt nach einem Plan. Ich genieße die gemütliche Atmosphäre dort. Es ist ein großartiger Ort zum Chatten. Definitiv. Außerdem haben Sie eine große Auswahl an Getränken zur Auswahl. Das ist wahr. Ich habe Lust auf einen heißen Latte oder vielleicht einen erfrischenden Eistee. Beide Optionen klingen großartig. Ich werde wahrscheinlich selbst einen Cappuccino trinken gehen. Klingt köstlich. Ich sorge dafür, dass ich pünktlich ankomme, damit wir unsere Bestellungen gemeinsam aufgeben können. Danke, Anna. Ich schätze deine Pünktlichkeit. Es ist immer schön, alles glatt anzufangen. Du bist willkommen, John. Ich glaube daran, die Zeit des anderen zu respektieren. Das sorgt für eine bessere Erfahrung. Einverstanden. Also, sehe ich dich dann um 18 Uhr im Café? Absolut. Ich werde da sein, bereit für ein gutes Gespräch und ein leckeres Getränk. Großartig. Ich freue mich darauf, Sie zu treffen. Wir sehen uns bald, Anna.